Endlich, nach gefühlten 30 Stunden, hat eine wunderschöne kleine Steier gegriffen. Ich brauche garantiert, ich weiß nicht, 20 Anläufe, bis sie den Köder mal genommen hat. Ah, ja. Ah. Ah. Woah. Yes, ah. Da ist sie. Endlich. Es war nur eine kleine, aber eine schöne. Ich habe nichts mehr, ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, nicht, aber es war noch eine kleine Ecke. Aber, das war jetzt eine kleine Ecke, ne? Und schon mal im Dichtung. Das ist ein Dichtung. Wenn wir uns in den Dichtung genießen, dann werden wir noch mal in Ordnung. Ich kann jetzt nicht mehr vor, dass ich die Dichtung, nämlich nicht mehr so sehen?